Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 512. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Basti. Gude und Grüße. Und der Dennis. Ja, servus, hallo. Ja und bevor die Sendung richtig angefangen hat, müssen wir eigentlich auch schon wieder kurz unterbrechen. Wir haben nämlich diesmal was Besonderes und zwar haben wir diesmal für die Sendung einen Partner und nicht irgendeinen Partner, sondern einen Partner, auf den wir uns sehr freuen, weil wir da auch eine Verbindung haben zu etwas, was wir schon mal in der Vergangenheit in manchen unserer Folgen hatten, nämlich die Umwelttipps. Dennis, kannst du neuen Hörerinnen und Hörern mal kurz erklären, was unsere Umwelttipps waren in der Vergangenheit? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt das nächste Thema, Anreise zu Auswärtsspielen. Wie kann ich da auch meinen CO2-Abdruck reduzieren? Und ja, da haben wir heute nochmal was Neues, Interessantes für euch. Ja und René hat es schon gesagt, Hyundai Deutschland ist ja sowieso offizieller Mobilitätspartner der Eintracht und die haben diese SGE Moments, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber die machen zu jedem Auswärtsspiel so gewisse Aktionen. Und auch jetzt bringt Hyundai euch zu Auswärtsspielen. Ich meine, Stuttgart steht bevor und eigentlich ist es ein geiles All-Inclusive-Paket. Ihr kriegt so ein Ionic 5 mit Ladekarte für An- und Abreise. Dazu kriegst du, wenn du es gewinnst, noch drei weitere Tickets, also insgesamt vier und Übernachtungen im Vier-Sterne-Utel für alle deine Begleitpersonen. Also das ist eigentlich ein All-Inclusive-Paket, was eigentlich zu jedem Auswärtsspiel und zu gewissen besonderen Spielen, Europapokal, ich kenne es alle, gemacht wird. Aber ich glaube jetzt für Stuttgart wird es besonders interessant. Checkt das auf jeden Fall unter www.hyundai.de slash SGE Moments. Genau und wie Basti gesagt hat, man kann eben dieses Rundum-Sorglos-Paket mit den vier Karten, dem Ionic 5 als Transportmittel plus Ladekarte plus Übernachtung in diesem Vier-Sterne-Hotel gewinnen. Und ja, Hyundai hat sich gedacht, für Stuttgart setzen sie noch einen drauf und verlosen gleich zwei dieser wunderbaren Pakete. Also ihr habt quasi eine doppelte Gewinnchance, wenn ihr euch bis, und das ist jetzt ganz wichtig, Donnerstag, den 27.04.23.59 Uhr auf eben dieser benannten, von Basti benannten Seite Hyundai.de slash SGE Moments anmeldet. Wir packen den Link auch nochmal in die Shownotes. Ja und dann erfahrt ihr relativ zeitnah, wahrscheinlich am Freitag schon, ob ihr eins von diesen beiden Paketen gewonnen habt und dann könnt ihr in der nächsten Woche voll elektrisch nach Stuttgart fahren. Und die Eintracht hoffentlich ins DFB-Pokalfinale schreien. Und da würden wir uns alle riesig drüber freuen. Und ich würde sagen, bevor jetzt hier noch die FDP anruft und anfängt mit uns über E-Fuels zu diskutieren, kommen wir zurück zum Sportlichen. So und dann lasst uns über Dortmund reden. Im Vorfeld des Spiels der Eintracht gegen den BVB war ja schon klar, dass die Bayern Federn gelassen haben, würde man wahrscheinlich sagen. Wir verlieren 3-1 am Ende des Tages in Mainz. Und ich habe im Vorfeld des Spiels mir schon Gedanken gemacht und gedacht so, okay, es gibt jetzt zwei Szenarien, die aus meiner Sicht zutreffen können. Entweder Dortmund ist super motiviert und fiddelt uns richtig ab oder die sind so ultra nervös, dass wir ein richtig geiles Spiel erleben können. Wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Meine Tendenz war auch eher so Richtung Szenario 1. Basti, mit welchem Gefühl standest du in Dortmund im Block, als du wusstest, Bayern hat gewonnen und Dortmund kann hier heute All-In gehen? Ich war mir trotzdem sicher, dass die Eintracht 4-0 verliert, wie ich das an dieser Stelle hier letzte Woche auch schon getippt hatte und ihr mir nicht glauben wolltet. Wir wollten dir schon, glauben nicht, wer will sowas schon wissen im Vorfeld? Ja, nee, für mich hat sich da gar nichts geändert, weil ich gedacht habe, Dortmund hatte diesen Moment halt schon. Hätte Dortmund in Stuttgart gewonnen, wäre ich glaube ich zuversichtlicher gewesen, aber die waren ja quasi vor sich selber alarmiert, was genau diese Trotteligkeit betrifft. Und ich glaube, dass die Eintracht natürlich auch ein Verein ist, wie wir in der Vergangenheit schon mal festgestellt haben, der trottelige Kellner dann auch bei uns zum Vorschein kommen kann. Ich weiß gar nicht, ob das passiert ist, aber vor dem Spiel war es jetzt nicht so, dass ich dachte, das ist gut oder schlecht für uns, weil du konntest für beide Seiten irgendwie Argumente finden und am Ende war es glaube ich egal. Ja, ist richtig. Nun war auch wieder so, dass wir da ja auch ein bisschen kreativ werden mussten, was die Aufstellung geht. Endika ist ja dann doch leider nicht fit geworden, das heißt, Lenz durfte wieder in der Innenverteidigung rein. Knauf auf links, das hatten wir ja letzte Woche auch schon in unserer Überlegung mal kurzzeitig, der hat uns dann am Ende ja wieder verworfen, weil wir dann zumindest die Hoffnung hatten oder den Glauben hatten, dass Endika wieder fit wird, aber dann war Knauf auf links die logische Konsequenz. Und Ebimbe, wie wir es ja letzte Woche auch gefordert haben, in der Startelf allerdings für mich auf einer etwas ungewöhnlichen Position, nämlich neben Götze und nicht auf dieser Achterposition. War das für dich nachvollziehbar, Dennis? Überrascht hat mich das auf jeden Fall auch, dass Kamada da rausrotiert, dann an der Position, ja, irgendwo, er ist natürlich nicht in Form und so weiter. Trotzdem hätte ich ihn auch eher, wie wir es auch schon besprochen hatten, auf der Acht oder auf der rechten Seite, die er ja auch schon sehr gut bespielt hatte. Das war für mich jetzt doch eher, ja, man hat auch gemerkt, er hat sich nicht so hundertprozentig eingefügt. Dortmund hat auch Zeit, braucht es ja sicherlich Zeit und gegen Dortmund war es sowieso sehr, sehr schwer. Genau, richtig. Und Basti hat es ja schon richtig das letzte Mal gesagt, man darf das Spiel jetzt definitiv nicht zu hoch hängen und dafür eine große, ja, oh Gott, wir haben 4-0 gegen die Dortmunder verloren und so weiter. Das kann immer passieren. Was mir an sich ein bisschen aufstößt ist, dass die Tore einfach wieder viel zu billig gefallen sind. Und das ist das, was traurig ist, weil, ja, stand natürlich jetzt Dortmund drauf und auch teilweise waren die natürlich technisch hervorragend. Dann gerade auch, ich glaube, es ist 1-0 mit dieser Drehung und dann dieses schöne Tor. Technisch stark, sage ich gar nichts dafür. Die Entstehung darf aber, er darf niemals so frei an den Ball kommen. Das sind so Punkte, das fuchst mich ein bisschen, denn da verlierst du auch gegen, ja, ich sage mal, selbst Schalke und Hertha würden wahrscheinlich aus der einen oder anderen Chance hier, die wir da bereitet haben, ein Tor machen. Und das ist natürlich wieder das, was mich ärgert. Auch so das, wo ich sage, das darf eigentlich dann nicht passieren, dass du so billige Tore auch bekommst. Im Großen und Ganzen geht das in Ordnung, dass die Dortmunder gewonnen haben sowieso und dass du da, ja, ich sage jetzt mal, die Abwehr ist halt auch schon, da können wir jetzt wochenlang drüber reden. Die wird sich sicherlich nicht mehr zur Top-Innenverteidigung umformen lassen, aber ärgerlich. Wie sagst du es denn, René? War es für dich? Also, ja, also ich hatte ein bisschen Schiss tatsächlich vor dem Spiel, weniger davor, wie das Spiel ausgeht, sondern was das Spiel je nach Ausgang dann am Ende mit der Mannschaft macht. Aber da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Ich fand, wir haben auch gar nicht so schlecht begonnen. Wir haben durchaus versucht, so ein bisschen mitzuspielen. Wir waren auch durchaus am Anfang engagiert in den Zweikämpfen, vielleicht auch da an der Stelle wieder ein bisschen zu langsam. Ich meine, Lenz sieht da natürlich auch super früh eine gelbe Karte, was natürlich dann auch für einen Innenverteidiger, gerade wenn du auf dieser Innenverteidiger-Position spielst, aber eigentlich auch ungelernte, also nicht nominell Innenverteidiger bist, wahrscheinlich auch doppelt doof bist, weil du auf einer fremden Position spielst und auch noch früh verwarnt bist. Gegen einen Gegner, der mit technisch versierten und schnellen Offensivkräften agiert, wo du eigentlich auch eine hohe Chance hast, dann mal in so einem Zweikampf eine Millisekunde zu spät zu kommen, ist das natürlich eine extrem schlechte Ausgangslage. Ich fand das 1-0, weil du das gerade eben angesprochen hast, gar nicht das Schlimmste von allen Gegentoren, weil ich da noch sagen kann, okay, das haben sie halt gut rausgespielt. Ja, ja klar. Haller zieht die Abwehrkräfte auf sich, lässt den Ball dann durch, Bellingham ist halt einfach technikstark, nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor an, dreht sich, ist in dem Moment halt komplett frei, da kann halt auch Trapp in dem Moment nichts machen, weil er nicht damit rechnet, dass dann vielleicht direkt der Schuss kommt, sonst hätte er den Winkel da irgendwie ein bisschen verkürzt. Also das Ding kann ich noch irgendwie mitgehen. Was mich halt mehr nervt, ist das 2-0, weil das 2-0 ist exakt das Ding, was sie letzte Woche, Basti hat das angesprochen, in diesem Stuttgart-Spiel zwei-, dreimal drin hatten, dass Kobel den langen Ball schlägt auf Haller, da hat sich dann keiner in dem Moment von Dortmund um den zweiten Ball gekümmert, da war dann kein Adijimi, kein Mahlen-whatever da, da ist das Ding dann einfach irgendwo weggegangen und anscheinend hat Terzic das ja irgendwie angesprochen und sie machen es halt in dem Fall und wir haben halt zweimal diesen Luftkampf, einmal mehr oder weniger noch im Mittelfeld und einmal an der Kante zum 16er und wir verlieren halt beide und das ist halt echt was, wo ich sage, da ist es dann auch vollkommen egal, auf welcher Position du spielst, wenn du Bundesligaspieler bist, musst du in der Lage sein, so einen Luftkampf zu verteidigen und wir reden ja jetzt auch nicht davon, dass da irgendwie Peter Grouch mit, weiß ich nicht, wie groß war der, 2,48 Meter irgendwie hochgesprungen ist, also das Ding hättest du irgendwie gewinnen können und das ist halt eher das, was mich ärgert, dass wir da an der Stelle nicht, weil wir irgendwie nicht Fußball spielen können, sondern weil uns da halt einfach der Biss und die Gedankenschnelligkeit gefehlt hat und das hat mich mehr geärgert tatsächlich, aber vielleicht bin ich da auch zu überkritisch oder wie siehst du das Basti? Ich fand die Eintracht erstmal ganz gut, also zumindest so, wie sie ins Spiel gekommen ist, die hatten jetzt nicht unbedingt krasse Angst, die hatten sogar so drei, vier Situationen vor dem Gegentor, wo du dachtest, ey, wenn die das irgendwie klüger ausspielen, da ist schon viel Platz hinter der Abwehrkette gewesen und haben das dann zu hektisch gespielt. Die Aufstellung hat mich ein bisschen irritiert, Ebimbe und Götze hinter der Spitze Moani, aber zumindest am Anfang hat es funktioniert, aber dann am Ende ist ziemlich schnell klar geworden, dass das Personal, was da auf dem Platz stand und wir haben uns ja auch schon schwer getan, hier eine Aufstellung zu finden, dass das nicht ausreicht, glaube ich. Ich glaube, das ist ziemlich schnell klar geworden, weil anders als ihr fand ich jetzt nicht, dass die Eintracht bei den Gegentoren völlig krasse Fehler gemacht hat, sondern diese Drehung von Bellingham ist halt Weltklasse, ehrlich gesagt. Ja, da machst du nichts. Die ist halt richtig stark und am Ende, Malen ist in unglaublicher Form, weil die Jemi ist in krasser Form. Also du hast das schon gesehen, okay, Dortmund hat diesen Spirit, die haben jetzt irgendwie auch keine Angst, sondern die spielen befreit auf und dann ist eigentlich dann die Erkenntnis ziemlich schnell in mir gewachsen, das reicht heute einfach nicht, weil die Eintracht trotzdem auch nach dem 2-0 hatten die riesen Chancen. Die Eintracht hat ja weitergespielt nach dem 2-0. Ja, ist richtig. Und dann frisst du halt das 3-0 und das ist dann am Ende eine Leistung, wo ich sage, okay, um hier was zu holen, musst du A, A-Level-Aufstellung haben, B, mehr Glück und C, mehr Selbstvertrauen und das war an dem Tag alles nicht da. Und dann ist es logisch, dass du das Ding dann 4-0 verlierst, dass Leute sich dann über die zweite Halbzeit aufgeregt haben, habe mich dann gewundert, weil es ist ein Muster ohne Wert für mich gewesen, weil das Spiel war entschieden. Und am Ende ist es so gekommen, wie ich es erwartet habe und das heißt jetzt nicht, dass ich dann zufrieden war, sondern ich habe halt genau das gespürt, was ich vorher schon gesagt habe. Das ist nicht das Spiel, was mich zum Ausrasten bringen wird, sondern ich raste aus, wenn die Eintracht 2-0 gegen Augsburg jetzt zu Hause verliert, sondern das sind jetzt diese letzten Spiele, wo du Gegner hast, die eigentlich von Qualität unter dir sind. Wenn du die nicht schlägst und wenn du jetzt da nicht mal irgendwie den Arsch hochkriegst, dann kann man sauer werden. Aber eigentlich hat die Eintracht das. Sie hat gegen Gladbach alles probiert, gegen Bochum alles probiert und glücklos und glücklos und glücklos. Deswegen bleibe ich dabei. Dennis wollte es nicht hören, aber ich habe es euch gesagt, Dortmund ist das Spiel, was man schnell vergessen muss und das probiere ich auch, weil was soll ich daraus ableiten, wenn die Eintracht ein Spiel macht mit dieser dünnen Personaldecke, die auch wenn alle fit sind, zu dünn ist, um komplett oben bei Dreifachbelastung mitzuballern. Wenn Innenverteidiger Christoph Lenz gegen diese Spieler von Dortmund spielen muss, dann ist, glaube ich, erwartbar, dass das nicht alles funktioniert, gerade weil auch Tuta und Hasebe ihre eigenen Kämpfe mit sich austragen und dann nicht in der Lage sind, jemanden, der dann wie Lenz Positionsstand reinkommt, dann auch aufzufangen. Ja, und das ist halt tatsächlich das, was mich ärgert, dass wir das in der Hinserie, also alles, was jetzt vor der WM war, irgendwie besser hinbekommen haben. Klar war da natürlich auch das A-Personal da, aber irgendwo ist durch diese WM so ein Knacks in diesem Flow entstanden, den wir jetzt gerade irgendwie nicht mehr draufkriegen. Und ich gebe dir vollkommen recht, jetzt kommt diese Crunch-Time, jetzt kommen die wichtigen Spiele. Wenn ich aber all diese ganzen Interviews, Pressedinger und so weiter immer höre, dann ist da immer die Rede so nach dem Motto, Dortmund hätte der Beginn einer Kehrtwende sein sollen. Nein, sollte es nicht, weil es war vollkommen klar, dass wir gegen Dortmund am besten aller Tage irgendwie eine Chance haben, aber es wird jetzt irgendwie als Beginn dieser Kehrtwende hingestellt. Nee, war es nicht und wird es auch nicht sein. Also, und das ist das Thema, wovor ich jetzt so ein bisschen Schiss habe, dass man das Thema jetzt irgendwie so hochbauscht und irgendwie nicht richtig moderiert und das bei dieser geistig-mental angeschlagenen Mannschaft jetzt dazu führt, dass die erst recht in so ein Loch fallen. Davor habe ich gerade richtig Schiss. Nee, brauchst du, glaube ich nicht. Ich glaube, dass die sich mehr über diese verlorenen Punkte in den Heimspielen ärgern gegen die Vereine, die ich schon angesprochen habe. Am Ende wird jeder, der da intern spricht, wird das bewerten können. Krösche, Glasner, die Spieler. Also natürlich werden die sich ärgern über die Fehler, die dann trotzdem gemacht wurden und da hat Dennis auch schon einen Punkt, das war ähnlich wie in Leverkusen, dass du dann halt trotzdem dich selber quasi um einen guten Flow bringst, weil in Leverkusen war es ähnlich. Du hast irgendwie mitgehalten, hast auf Augenhöhe und dann schenkst du denen quasi ein Tor. Das ist jetzt hier nicht ganz so krass gewesen, aber trotzdem war es so zu nachlässig. Aber es wird am Samstag 15.30 Uhr ein anderes Spiel und ich hoffe, es ist ehrlich gesagt auch, dass der Spirit dann andere ist. Der Knick, der in unsere Saison gekommen ist, der ist safe nicht in Dortmund gekommen. Nein, nein, nein. Bin ich ganz bei dir, Basti, genau so sagst du es. Also auch, um das nochmal ein bisschen mehr einzuordnen, das Spiel, wir haben es gesagt, Bonuspunktespiel, wenn du hier was mitnimmst, überragend, wäre aber eher eine Überraschung gewesen mit der Personaldecke, mit der Aufstellung und so weiter und so fort. Was aber, und René, da hatte ich es vorhin vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt, tatsächlich das 1-0, wie gesagt, das ist natürlich dann am Ende auch diese Drehung und so weiter, dann ist es schon nicht mehr verteidigbar. Vorher hast du ein bisschen schlafmützig reagiert. Schlimmer fand ich eigentlich das 1-0. Das war, glaube ich, das Tor, da ging der Ball, ist erst einmal durch den Strafraum gespielt worden, einmal quer, dann ist er bei Guerrero, Guerrero spielt die Flanke rein, Hummel steht alleine, dann war das 3-0, genau. Also das ist zu billig, da stand es auch schon 2-0 und so weiter und man kann auch sagen, da waren so vielleicht Dings und die Mannschaft ist dann vielleicht schon ein bisschen in der Halbzeit gewesen, alles gut, aber das sind so die Tore, da muss ich sagen, das regt mich dann halt auf, weil das sind Tore, die kriegst du auch gegen die und die ganz unten stehen. Ja, das ist zu einfach. Da brauche ich nicht Dortmund als Gegner zu haben, sondern da kann im Endeffekt jeder kommen. Das sind die Punkte, die auch angesprochen werden müssen und ich denke auch, dass die Mannschaft und insbesondere der Trainer da auch die richtigen Worte findet. Das sind die Sachen, wo das geht nicht, das kannst du gegen keine Mannschaft in der Bundesliga bringen, sonst verlierst du jedes Spiel, außer du hast vorne einen riesen Flow und schießt etliche Tore. Haben wir ja schon gesprochen, du darfst hinten auch Gegentore fangen, da muss es aber vorne laufen. Im Moment ist vorne auch ein bisschen der Hagler drin, das heißt, du musst noch mehr bedacht sein, dass du hinten eben in die anderen Weise nicht so hoch verlierst. Und das ist tatsächlich unser primäres Problem meiner Meinung nach, die Offensive. Wir hacken jetzt alle irgendwie auf dieser Defensive rum, aber wenn ich mal vergleiche, in den 15 Spielen, nur Bundesliga bezogen, 15 Spiele vor der WM, haben wir im Schnitt pro Spiel 2,1 Tore geschossen und 1,6 Tore kassiert. Wenn ich jetzt gucke, die Spiele nach der WM, 14 Stück, also annähernd gleiche Anzahl, 1,2 Tore geschossen und 1,5 Tore kassiert. Wir kassieren im Schnitt weniger Tore, aber wir schießen halt auch ein ganzes Tor weniger im Schnitt. Und da ist tatsächlich unser Problem. Die Defensive war auch in den 15 Spielen davor nicht so, dass wir nicht immer nur permanent zu Null gespielt haben. Wir haben auch da Tore kassiert, aber wir haben halt die Dinger wenigstens gemacht. Ja, und ich glaube, da kommen wir zum Kern des Problems, das, was auch Rode angesprochen hat. Es kommen zu wenig Tore aus der zweiten Reihe. Ich glaube, So und Rode sind die beiden besten Torschützen hinter Moani mit vier Toren. Das ist zu wenig. Ja, und Lindström, der halt gerade nicht greifbar ist. Ja, ich meinte jetzt von denen, die da aktuell auf Platz sind. Und dann hast du quasi mit Kamada jemanden, der auch komplett raus ist. Den zähle ich jetzt fast auch nicht mehr dazu. Für mich ist der gegessen, so die Saison. Götze auch kein Zug zum Tor wirklich. Ja, ja, das ist eine Torgefahr. Götze ist im Endeffekt genau auch, meiner Meinung nach, ein bisschen positionsbedingt. Der reibt sich viel auf da im defensiven Anlaufen, dass ihm das auch gar nicht so ermöglicht wird. Bei Götze ist es nochmal ein extra Thema. Das können wir mal in den nächsten Wochen wandeln. Weil ich sehe eigentlich Götze als So-Nachfolger, dass man ihn einfach zurückzieht. Die Schnelligkeit für vorne reicht meiner Meinung nach nicht. Dass er quasi den, dass er So ersetzen wird von seiner Zweikampfhärte und von seinem Spielverständnis. Aber aktuell ist es so. Es ist Moani oder nix, fertig aus. Und das geht nicht. Da geht es auch gar nicht nur um Kamada und Lindström vielleicht. Vielleicht der auch vor seiner Flatsung, wir finden nicht vergessen, in dem Loch war. Also jetzt so zu tun, als wenn alles gut wird, wenn er wieder da ist, ist auch falsch. Du hättest halt mehr Optionen und du hättest halt mehr Geschwindigkeit vielleicht. War er auch schon in so einem kleinen Loch. Bore kann es nicht auffangen. Al-Aro spielt gar keine Rolle. Ali Du und Paxton kommen immer nur mal ganz kurz rein. Und dann hast du halt keinen mehr. Und das ist dann für die Gegner halt auch easy. Wenn man weiß, okay, die Eintracht kann man so wegmoderieren. Es würde halt unglaublich helfen. Und das ist auch noch neben dieser torungefährlichen zweiten Reihe hinter Moani. Wahrscheinlich das Hauptproblem, was uns von Union Berlin und Freiburg unterscheidet. Und das sind Standardsituationen. Punkt. Weil wenn du irgendwie alle zwei Spiele ein Tor nach Standards machen würdest, dann würdest du diesen Schnitt auch um 0,5 erhöhen können. Und das schafft die Eintracht überhaupt nicht. Flanken sowieso nicht. Eckbälle auch nicht. Freistöße auch nicht. Keine gefährlichen Weitschüsse oder so. Gar nichts. Also es ist wirklich so, dass die Eintracht nicht alle Mittel ausschöpft, was die Erziehung von Torn betrifft. Und das macht sich jetzt bemerkbar. Und es ist schade, weil ich trotzdem immer wieder merke, wie ich selber mit dem Winter hader, wo du wahrscheinlich mehr ins Risiko hättest gehen müssen. Weil, das will ich kurz erklären, hier wird immer davon gesprochen, ja, das wäre finanziell nicht darstellbar gewesen. Und wir vergessen Corona. Das mag stimmen, aber du hast dadurch, was du jetzt nichts gemacht hast, Alarius Marktwert runtergeballert, du hast Borees Marktwert runtergeballert und Kamada hättest du vielleicht im Winter auch noch irgendwie ein bisschen Cash bekommen und hast keinen Innenverteidiger geholt. Also du hast trotzdem Fehler gemacht, die dich jetzt auch Geld kosten, was du da vielleicht hättest ausgeben müssen. Also ich weiß gar nicht, ob man im Winter vor solchen Investitionen immer so eine große Angst haben sollte, weil es ist dann halt auch so, dass du das Geld in der Rückrunde dann erst verlieren kannst und das hast du faktisch so. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt für Boree noch so viel bekommen, wie wir im Winter bekommen hätten und so weiter und so fort. Also da ist einfach gepennt worden. So am Anfang der Saison schon, diese Pellegrini-Nummer war so eine halbkare Geschichte, wo man geguckt hat, dann Philipp Max war ein Transfer, den habe ich dann verstanden. Aber am Ende sind wir ehrlich, die Eintracht hat Hinteregger und Kostic. Zwei wichtige Säulen, gar nicht ersetzt. Und das macht sich jetzt einfach bemerkbar und du hast einfach dann auch noch den Faktor, dass du junge Spieler hast, wo es normal ist, dass sie in ein Loch fallen, so wie die im String vor seiner Verletzung. Also es ist alles erklärbar gerade, es ist trotzdem merkerlich. Ja klar, also gebe ich dir vollkommen recht und das muss man sicherlich dann auch für eine große Analyse mit berücksichtigen und überlegen, wie man da nach vorne agiert. Aber wie du ja auch in der letzten oder in den letzten Folgen festgestellt hast, das hilft uns halt jetzt mit Blick auf die letzten fünf Spiele überhaupt nichts. Das können wir jetzt sagen, aber daran ändern können wir halt jetzt auch exakt nichts. Was mich nach dem Spiel auch geärgert hat, und du hattest es gerade eben angesprochen, Rode sagte, es fallen zu wenig Tore. Was Rode auch gesagt hat, und man bedenkt, er ist hier Kapitän gedöhnt, hat er nach dem Spiel gesagt, wir haben noch die Möglichkeit, über den DFB-Pokal das internationale Geschäft zu erreichen. Und ganz ehrlich, wenn der Kapitän der Mannschaft sich da hinstellt, ich meine gut, das war das Field-Interview, da kannst du jetzt vielleicht auch nicht alles so 100 Prozent auf die Waagschale legen, aber trotzdem, wenn der Kapitän der Mannschaft sich da hinstellt und sagt, über den DFB-Pokal schaffen wir noch das internationale Geschäft, dann heißt es für mich im Umkehrschluss, wir haben die letzten fünf Spiele und die Bundesliga abgeschrieben, da passiert nichts mehr. Ich sag mal so, es ist natürlich auch, wenn du dir den Abstand anschaust und wie die anderen momentan performen, die jetzt gerade kurzfristig an uns vorbeigezogen sind, realistischerweise ist das über den normalen Wettbewerb nur noch schwer oder fast gar nicht mehr zu schaffen. Es wird nicht leichter, um so weniger Spiele du hast, das ist mir vorkommen, klar. Ja, aber es geht da drum. Muss ich das natürlich so, ja, ich verstehe deinen Punkt, du meinst, dass im Endeffekt der Ehrgeiz und das Ziel sozusagen schon in den Köpfen drin ist, da geht eh nichts mehr und dann wird eh nur noch zweiter Motor gefahren. Glaube ich aber gar nicht, sondern es ist auch so ein bisschen Selbstschutz, die Ziele, du musst dir ja überlegen, es ist ja eine krasse Verfehlung der Ziele, so oder so. Du hast gesagt, du willst auf jeden Fall Vierter werden und das verteidigen, bist du gnadenlos gescheitert oder grandios, muss man eher sagen, gescheitert. Das ist natürlich hier überhaupt keine Option mehr. Jetzt musst du sagen, klappt das überhaupt noch am Ende über die Bundesliga, Platz sieben, was ist da los? Das wird schon super schwierig, weil du einfach nicht performst. Und ich denke, das ist auch so eine gewisse Selbstschutzsituation zu sagen, Mensch, vielleicht muss der Druck jetzt mal weg, der Druck muss mal vom Kessel. Wir setzen uns immer weiter unter Druck. Wir sind ja alle nicht dabei. Wir kennen die Situation intern eben nicht gut genug, um zu wissen, was tut den Spielern jetzt gut? Ist es gut, da jetzt weiterhin zu sagen, kommt Vollgas, Motivation, wir schaffen das noch, wir schaffen das noch, wir schaffen das noch, was sicherlich die letzten Wochen immer propagiert wurde, wo du es auch noch sehr gut selbst in der Hand hattest. Jetzt ist so ein bisschen das Kind in den Dreck gefallen. Du musst jetzt gucken, wie kriegst du es einigermaßen sauber wieder raus. Und ich denke, da kann es schon auch ein Weg sein, zu sagen, jetzt alle nicht unter Druck, konzentriert euch drauf, dass jetzt erst mal DFB-Pokal, wir wollen jetzt erst mal ins Finale rankommen, da haben wir immer noch eine Chance. Und wenn es dann in der Bundesliga so oder so noch klappt, ist das eine feine Sache. Es sind ja zwei Arten, an die Sache ranzugehen. Ich kann ihn nur so, denn ich glaube, Rode ist wirklich ein schlauer Kopf und ist nicht unbedingt hier einer von denen, die leichtfertig eine Chance aus der Hand geben oder was kleinreden. Nur man sieht ja auch, es hat ja jetzt die ganzen Wochen schon, wo du immer versucht hast, die Motivation hochzuhalten, wurdest von Woche zu Woche mehr enttäuscht, so muss man es ja fast sagen. Oder seht ihr das anders? Bin ich da zu naiv und zu, ich weiß nicht, gutgläubig? Ich sage, am Ende ist es fast egal. Vielleicht wollte Rode einfach auch noch einen anderen Ansatz wählen, dass der Druck raus ist, dass man jetzt einfach guckt, was passiert und dann vielleicht überrascht, anstatt dass du sagst, wir müssen, wir müssen, wir müssen und dann fliegst du gegen Augsburg auch noch eins zu den hinten und dann verkrammst du völlig. Also ich bin trotzdem der Meinung, dass du die letzten fünf Spiele, wenn du richtig Bock hast und wenn du jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, die Mannschaft kann ja auch mal sich alleine vielleicht mal treffen und sagen, was geht denn eigentlich? Du konntest die letzten fünf Spiele gewinnen und im DFB-Pokal ist eh auch noch alles drin. Du bist jetzt unter den letzten vier Mannschaften, da sind alles Mannschaften dabei, die du schlagen könntest an guten Tagen und auch schon bewiesen hast, dass du es kannst und das ist das, was mich halt trotzdem noch naiv hoffen lässt. Die Mannschaft ist ja gut, da sind gute Spieler dabei. Du hast einzelne Sequenzen, erinnert euch an die Tore gegen Union, wie Götz und Mouani das geil machen. Die sind ja noch auf dem Platz. Vielleicht hast du mit Paxton jemanden, den man einfach mal reinwerfen kann gegen Augsburg jetzt, damit er sich mal ein bisschen austoben kann. Schlimmer kann es ja nicht werden. Also es gibt Optionen und Möglichkeiten, wo ich es mir vorstellen kann und ich werde ehrlich gesagt dieses rote Interview ignorieren. Das ist nach dem Spiel, der ist sauer. Ich glaube, der ist auch verzweifelt, weil er das jetzt schon wieder erlebt. Das hat er unter Hütter erlebt und die haben das letzte Rückrunde auch erlebt und gefühlt, auch wenn die natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, dass sie den Europapokal gewinnen. Also von daher glaube ich, dass man das im Endeffekt positiv sehen sollte, weil da mal endlich jemand ist, der sich ärgert. Ja, habt ihr alles recht. Trotzdem finde ich, als Mannschaftskapitän musst du da nicht das sagen, sondern musst dann schon noch irgendwie sagen, so nach dem Motto, ey, wir können Fußball spielen, es sind noch fünf Spiele, es sind noch 15 Punkte, die vergeben werden. Die anderen spielen auch noch Fußball, die haben auch noch nichts gewonnen. Wir geben uns noch nicht auf. Ich hoffe auch, dass das so ist. Du kannst ja ein Stück weit den Druck rausnehmen und nicht verbissen sagen, so nach dem Motto, wir glauben immer noch dran, sondern du kannst ja einfach sagen, so ey, wir haben noch fünf Spiele, wir wollen alle Fußball spielen, noch ist nichts irgendwo aufgeschrieben. Also, du kannst ja auch ein bisschen den Druck rausnehmen, aber so dieses wirklich sozusagen von wegen, ja, Pokal geht noch, finde ich halt ein bisschen zu viel. Aber vielleicht ist es auch tatsächlich, bin ich da zu kritisch, so diese nach dem Spiel Interviews haben wir sowieso immer so ein bisschen ihren eigenen Charakter. Ja, du musst auch aufpassen, dass jetzt hier die Leute, die jetzt hier noch als Personal da sind, nicht komplett, ja, erstens blau gefahren werden und zweitens auch einen Schlag wegbekommen für sowohl Pokal als auch für die nächsten Spiele, wenn du die ganze Zeit nur drauf prügelst. Und das merke ich ja auch, dass du, wie wir auch hier am Anfang, ich muss mich da auch immer erst mal, wenn ich nach dem Spiel gefragt bin, wenn wir nach dem Spiel aufnehmen, da wäre sicherlich unangebrachte Einzelkritik da, weil da Sachen passiert sind, die einfach nicht gehen, die mir nicht gefallen haben. Und in der Grundbetrachtung bringt es aber nichts. Wir haben es genau vorhin gesagt, es ist niemand anderes da. Wenn ich sehe, wie oft wir diese Innenverteidigung umgestellt haben und dann mit Jarkic als eigentlich nicht wirklich dann optimal A-Lösung, der dann immer hinten noch mitgespielt hat, dann jetzt hier Lenz spielt. Ja, klar, das sind Fehler, die haben wir im Endeffekt in der Kaderplanung gemacht. Da können wir uns jetzt fünfmal auf den Kopf stellen. Ich kann fünfmal auf den Lenz schimpfen. Dann kann es sein, dass er vielleicht nächste Woche eben nicht spielt, weil ein Touré wieder fitter ist, dann, dass da ein bisschen gewechselt wird, dass ein Tutor nach links rückt und so weiter und so fort. Kann ja sein, das wird der Trainer dann sicherlich gut begründen. Trotzdem muss ich erst mal eigentlich darauf hoffen, dass ein Lenz sich ein bisschen entspannt, denn vielleicht bin ich total auf ihn angewiesen und es bringt mir nichts. Und da kommen wir jetzt nochmal zu dem Punkt, um den wichtigen Bogen zu spannen, dass Lenz als letzte Option beispielsweise in Augsburg oder auch dann gegen Stuttgart zur Verfügung steht. Dann muss ich sagen, bitte lieber Lenz, komm an deine Leistungsgrenze. Wie kriege ich es irgendwie hin, dass du dich wohlfühlst da hinten und was können wir noch machen? Und nicht, Lenz, du Idiot, warum lässt du dich da dreimal so abkochen? Das kann doch nicht sein. Du bist doch Bundesligaspieler. Ich glaube, es bringt uns hier überhaupt nicht weiter. Diese endkritische Situation ist auf jeden Fall für nach der Saison unbedingt wichtig. Jetzt an der Stelle, glaube ich, müssen wir wirklich sagen, ein bisschen Druck rausnehmen. Die Spieler, glaube ich, hat keine Lust hier zu verlieren und die Leistung zu bringen, die es momentan gibt. Und ja, dementsprechend lasst uns gucken, lasst uns hoffen, dass auf jeden Fall auch der ein oder andere schnell wieder zurückkehrt, damit wir ein paar mehr Optionen haben nochmal für die letzten Spiele und dass da einfach ein bisschen mehr Ruhe reinkommt. Und Basti, du hast es richtig angesprochen, es wäre so schön, wenn wir in dieser Saison nochmal irgendwann zu diesem probaten Mittel eines einfachen, simplen Freistoßes oder Eckballtors kommen würden. Standardtor, Dankeschön. Wäre echt was. Jetzt haben wir es schon mehrfach angesprochen. Augsburg ist der Gegner Samstag 15.30. Und ja, Augsburg war jetzt am vergangenen Freitag gegen Stuttgart unterwegs. Und ganz ehrlich, das war jetzt auch irgendwie kein absoluter Hochgenuss, was die da abgeliefert haben. Und das wird für die Eintracht die absolute Bewährungsprobe für die Mannschaft. Ich sag mal, wenn du jetzt in diesen letzten fünf Spielen noch was reißen willst und dich irgendwie motivieren willst, dann musst du jetzt da am Samstag gegen Augsburg Punkte einfahren. Wenn du da jetzt wieder Punkte liegen lässt, dann ist der Jenga-Turm wahrscheinlich irgendwie umgefallen. Basti, wie kriegen wir denn die Mannschaft motiviert, dass die da am Samstag gegen Augsburg Tore schießt und am Ende drei Punkte mitnimmt? Weiß ich nicht. Im Endeffekt muss die Mannschaft jetzt denken, gut, es sind jetzt noch diese Spiele, wir schenken die nicht ab. Wir müssen uns auch alleine, selbst wenn wir uns nur auf den Pokal konzentrieren, auch irgendwie in den Flow reinbringen. Also die Eintracht muss gegen Augsburg zu Hause gewinnen, Punkt, aus, fertig. Und das soll mit einer Leichtigkeit meiner Meinung nach auch passieren und nicht so krampfig, sondern die müssen jetzt einfach Gas geben und weiter, weiter, weiter machen, genau wie gegen Gladbach, dass irgendwann der Ball reinfällt. Und dann hoffentlich, wenn der Ball mal reinfällt, auch irgendwie so ein Stein vom Herzen fällt, zu denken, ach guck mal, es geht doch wieder. Und dann vielleicht genau diese Kleinigkeiten, über die man nachdenkt, einfach vergessen. Ich glaube, das größte Problem aktuell ist auch so ein bisschen im Kopf, zumindest was vorne betrifft, weil da sollte die Qualität trotzdem noch ausreichen von den Spielern, die da mitmachen. Und hinten musst du halt irgendwie, wie Dennis es gesagt hat, eine Lösung finden, dass du das Beste aus der schlechten Situation machst. Und Glasner hat es da, glaube ich, sogar schon angedeutet, vielleicht musst du eine Viererkette spielen, weil du halt nicht genug Spieler hast. Dann machst du Indica, Tuta, Lenz und Buta, das sind dann alles irgendwie Spieler, die dann auf den Positionen gelernt haben. Und ja, also am Ende ist es kein Rocket Science, was gemacht werden muss, sondern du musst einfach weitermachen und irgendwann hoffen, dass die Chancen reingehen. Ja, weitermachen. Und du musst vielleicht auch wirklich gucken, ob du die Spieler, die gerade eben nicht so verkopft sind und einfach Bock haben, Fußball zu spielen und vielleicht auch noch zum gewissen Grad sich beweisen wollen, ob das nicht tatsächlich dann jetzt einfach die Option ist, zu sagen, okay, dann kriegt ihr einfach die Chance und ich nehme dafür andere Spieler raus, so wie er es ja jetzt gegen Dortmund auch schon gemacht hat, dass er gesagt hat, okay, Kamada sehe ich da jetzt einfach nicht. Ich lasse den mal irgendwie draußen, ja. Oder ich finde halt eine Alternative, wie ich ein bisschen Druck von einem Moani wegnehmen kann, indem ich da noch irgendwie einen anderen Spieler hinstelle, wo sie sich entscheiden müssen, decke ich den oder decke ich den, ja. Das ist mir aber fast ein bisschen zu viel Wurstelerei davon. Wir haben es letzte Woche angesprochen, dass wir eigentlich sagen müssen, such dir ein System aus mit Spielern und versuche das jetzt bis zum Ende irgendwie, dass die nochmal in den Flow kommen und zumindest ein bisschen Selbstbewusstsein kranken. Das ist richtig, aber wenn, also du hast ja zwei Varianten. Entweder ich ändere das System, gucke, welche Spieler habe ich, nehme vielleicht eine andere Aufstellung und versuche mal so ein bisschen damit irgendwie den Knoten zu lösen oder ich halte halt einfach wirklich strikt an meinem System fest, habe aber die Spieler nicht dafür und muss nachher den Hausmeister da irgendwie spielen lassen, weil ich halt keinen mehr habe, der sonst eigentlich auf dieser Position spielen kann. Also da nehme ich lieber ganz ehrlich die Variante mit, dann lass mal gucken, was haben wir an Personal zur Verfügung, weil am Ende des Tages, ob die jetzt Dreierkette oder Viererkette spielen, wenn das Spieler sind, die in dieser Konstellation schon mal gespielt haben, dann werden die das auch irgendwie hinkriegen, erst recht gegen so eine Mannschaft wie Augsburg. Ja, klar, das auf jeden Fall. Aber vorne, du hast es ja schon angesprochen, auch mit der Geschichte Ibimbe, dann hinter Mwani, da sind irgendwo Sachen sicherlich nett, dass er das probiert. Auf der anderen Seite, wir haben ja auch gesehen und ich glaube, diesen Aha-Effekt, das ist das, wo ich auch vorhin, das hat mir gefallen, dass Basti eigentlich genau das gesagt hat, wir brauchen wahrscheinlich nur ein, zwei Momente, dass er sich wieder an die schönen Zeiten vor dieser bescheuerten WM erinnern. So war das, da liefen die Automatismen, die sogenannten eingespielten automatischen Abläufe im Spielkonzept wunderbar. Du hast Spieler, wir spielen ja mit viel Personal, was wir schon kennen, die sich auch kennen und die eigentlich, wo man denken müsste, Mensch Leute, mach doch mal einen schönen Doppelpass, das konntet ihr doch vorher auch. Und da ist ein Kamada schon auch ein wichtiger Aspekt und wir schimpfen ja oft viel auf ihn und sagen, Mensch, was ist da los? Aber auch diese Steckpässe und du hast auch gesehen, als er kam, Kamada war noch nie ein guter Einwechselspieler. Das ist einfach so, der braucht dieses, ich spiele von Anfang an und bin jetzt so ein bisschen mit durchgetragen. Das hat er auch schon in der letzten Saison und auch in dieser Anfangssaison, dass du einfach gesehen hast, das ist jemand, der möchte von Anfang an, der möchte diese, der muss sich wohlfühlen, das ist in Ordnung und bietet ja dafür dann auch entsprechende Qualität, kann er auf jeden Fall, am Fuß hat er die definitiv. Definitiv. Deshalb bin ich eigentlich dafür, eine Situation wieder zu, back to the roots, ist der falsche Ausdruck, aber zurück zu dem, was wir eigentlich schon hatten. Natürlich musst du hinten vielleicht mit Viererkette ein bisschen umstellen, Dreierkette, die Abwehr, wenn dir das Personal fehlt oder du sehr unzufrieden bist mit dem, was noch da ist, dann kannst du das nicht jetzt durchschleifen. Auf der anderen Seite, jetzt da diesen großen Bruch in der Offensive zu machen mit dem Ebimbe, der Gang völlig positionsfremd spielt oder auch, ja, dass du da Experimente machst, das finde ich jetzt nicht gut, weil ich glaube, dass das noch mehr Unruhe und noch mehr Probleme verursacht, als dass wir wirklich daraus was Zählbares machen. Lieber an alten, Tugenden, Erinnerungen und, ja, gut gelaufenen Automatismen arbeiten, anstatt jetzt versuchen, hier was komplett auf den Kopf zu stellen, weil ich glaube, dafür sind sie auch noch nicht fit genug, auch Nebimbe, muss man bedenken, wie lange der doch gefehlt hatte, der braucht auch Zeit und ich glaube nicht, dass wir die jetzt hier in den letzten fünf Spielen in der Bundesliga unbedingt noch auf dem, ja, auf dem Level bringen, dass wir sagen, wunderbar, der performt jetzt ab Augsburg jedes Spiel auf der Position, aber gut, oder bin ich da, bin ich da zu nostalgisch, dass ich sage, Mensch, das muss doch eigentlich funktionieren wie in der Hinrunde, was ist da los? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil wenn man es wüsste, könnte man ja ganz locker hier reden und sagen können, ja, wir müssen das und das und das mal, lass mal den und den spielen. Es gibt viele, die fordern jetzt Aronson und Alidu und bla bla, aber ich glaube, dann sitzt man auch da, ich kenne es ja von mir selber, ich fordere auch die ganze Zeit Alario, obwohl ich eigentlich weiß, dass das wahrscheinlich dann auch nicht besser wird, weil die Grundstimmung irgendwie komisch ist und da muss jetzt einfach dieses, es ist am Ende, egal, denken rein. So, was ist denn jetzt? Also, du kannst jetzt entweder denken, gut, wir verlieren jetzt eh alle Spiele oder wir können nichts mehr reißen, weil der Flow ist weg. Oder du denkst, ja, jetzt ist eh alles im Arsch, guck mir mal, es kann ja nur besser werden und wenn ich nichts erwarte, guck mir mal, was da rauskommt. Du hast ja verschiedene Möglichkeiten jetzt, also wenn jetzt jeder, und das merkt man ja im Umfeld und du hast ja das rote Interview angesprochen, jetzt jeder denkt, es geht in der Liga eh nichts mehr, dann bist du doch jetzt in einer komfortablen Situation. Dann sind die anderen jetzt unter Druck, Leverkusen hat jetzt irgendwie die Erwartungen erhöht für sich selber durch diese Siegesserie, Mainz ist plötzlich im Game, Leipzig hat sowieso diese Ambitionen, alle die damit rummischen und du kannst als Eintracht Frankfurt jetzt als Außenseiter in das Rennen gehen und wenn ich mir das Restprogramm anschaue, ist es trotzdem kleiner Geheimtipp, Eintracht Frankfurt in die internationalen Ränge zu tippen, weil das Restprogramm ist machbar. Du musst halt in den Flow kommen und René, du hast vorhin gesagt, die Spiele werden jetzt nicht mehr und du musst gegen Augsburg anfangen. Also wenn du gegen Augsburg nicht gewinnst, ist die Nummer gegessen. Dann ist durch. Definitiv. Wenn du aber gegen Augsburg gewinnst und gegen Stuttgart auch, was jetzt ganz ehrlich, die Hölle muss nicht zufrieren. Das Eintracht Frankfurt, mit dem Kader, trotz aller Verletzten, zu Hause gegen Augsburg und in Stuttgart, die auch noch mitten im Abstiegskampf drin sind oder andere Dinge vielleicht auch noch im Kopf haben, zu gewinnen. Da muss jetzt wirklich nicht die Hölle zufrieren. Das ist möglich und es ist danach auch möglich, mit 12.000 bis 15.000 Leuten, Auswärtsfans, in Hoffenheim zu gewinnen, die auch nicht unglaublich krass in der Saison sind und dann hast du mal drei Spiele hintereinander gewonnen und spielst dann zu Hause gegen Mainz. Die dann dein Tabellennachbar hoffentlich noch sind und die dann auch erst mal liefern müssen, immer wenn die nach Frankfurt kommen, sind die nämlich auch jetzt nicht so stabil. Wir verlieren eigentlich immerhin nur in Mainz. Und dann fährst du nach Schalke, die wahrscheinlich bis dann leider, leider schon abgestiegen sind. Was sehr schade ist. Wo du auch mit 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 Fans hinfahren kannst und da irgendwie dafür sorgen kannst, dass das Spiel besonders wird. Und dann hast du ein Endspiel zu Hause gegen Freiburg am letzten Spieltag. Das muss sich, glaube ich, jemand mal aufschreiben und sagen, ey, lass doch einfach mal probieren. Ja. Und wenn es so ist, dass du jetzt Aronson probierst, dann kannst du auch nach der Halbzeit auswechseln, wenn die Luft nicht reicht oder wenn er sich doch irgendwie noch zu grün anstellt. Meine Güte, du hast doch verschiedene Möglichkeiten. Am Ende habe ich jetzt keinen Bock auf diese Negativität mehr, weil die bringt dich nicht weiter. Natürlich ist es so, das sagen wir jetzt hier seit Wochen, auch hier im Eintracht-Podcast wird mit Sicherheit nach der Saison eine große Analyse stattfinden, wo wir sagen können, okay, da und da ist der und der Fehler gemacht worden, das ist so falsch gelaufen. Die Saisonziele wurden offensichtlich, wie Dennis es gesagt hat, nicht erreicht. Aber das bringt dir halt jetzt nichts. Mein Gott, was wird es jetzt machen? Guck einfach. Und du musst jetzt im DFB-Pokal komplett da sein, aber auch in der Liga vielleicht so eine kleine Außenseiterrolle einnehmen. Dann lass uns doch mal auf das Thema Aufstellung gucken. Grundlegende Frage. Basti, bei dir habe ich verstanden, du würdest jetzt auch durchaus drüber nachdenken, mal System zu wechseln und würdest nicht einfach stringent bei dem jetzigen System bleiben. Das weiß ich nicht. Das kommt aufs Personalanweis zur Verfügung. Aber was ist mit Indica? Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass du nicht fit bist. Ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Also es ist jetzt einfach nur ein Wild Guess. Aber ich würde sagen, nicht fit. Und selbst wenn er fit ist, fehlt Spielpraxis. Ja, aber wenn er wirklich irgendwie spielen könnte, wäre das auf jeden Fall die erste Option. Aber ihr sagt es ja schon, das Problem ist diese komischen Aussagen mit er hat Schmerzen in, was ist es, die Hüfte oder was weiß ich. Das ist natürlich dann immer kompetent. Wenn Dennis und ich zusammenkommen und solche Aussagen, dann fällt er bis zu Saisonende aus. Ja, das ist so der Klassiker, genau. Ja. Nein, das ist schon hart. Also da muss ich sagen, ja, also ich denke, Indica, René, du sagst es, wir haben heute jetzt Dienstagabend und man hat überhaupt nichts irgendwie groß Positives gehört. Also auf jeden Fall, ja, mit der Mannschaft und dass da alles rund läuft, könnte eng werden schon wieder für Samstag, ja. Sehe ich leider auch. Keine Ahnung. Machen wir eine Aufstellung jetzt. Also ich habe, lass mal einen anderen Modus machen. Ich habe zwei Aufstellungen im Kopf und ich würde tatsächlich das System wechseln. Ich würde sie euch jetzt einmal nacheinander sagen und ihr könnt mir sagen, welche von den beiden euch mehr anspricht. Aha, okay. Also Viererkette. Aufstellung 1. In der Abwehr, also Innenverteidiger, Tutor, Hasebe. Auf den Außen Lenz und Buter. Auf der Doppelacht, Rode und So. Bis dahin bin ich mir relativ gleich. Dann auf den Außen hätte ich einmal entweder die Variante mit Knauf links und rechts Ebimbe oder Alidu links und rechts entweder Knauf oder Ebimbe, je nachdem, wer von den beiden fitter ist. Und dann struggle ich so ein bisschen in der Mitte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit einem 4-2-3-1 gehen würde oder mit einem ganz Walden 4-2-4. Also entweder Götze in der Mitte und davor Moani, sodass er wieder direkt hinter Moani spielt und den wieder ordentlich bedienen kann. Oder Götze tatsächlich eine Pause gönnen und mit einem Doppelsturm spielen. Moani und daneben Alario oder Boree. Da bin ich mir gerade auch unsicher. In der Hoffnung, dass sie sich alle entweder auf Moani konzentrieren und damit dem anderen Raum geben oder sich auf den anderen konzentrieren und damit Moani Raum geben. Also irgendwas in der Richtung. Das sind so diese beiden Aufstellungskonstellationen, die ich im Kopf habe. Also entweder 4-2-3-1 oder 4-2-4 oder 4-2-2-2, je nachdem, wie du es sagen willst. Zwei Stürmer glaube ich nicht dran, muss ich sagen. Okay. Glaube ich auch nicht dran, weil du kriegst das schwer mit einer Viererkette kombiniert, finde ich. Findest du? Weil die ja, ja, ich finde die Außenstürmer, ich finde, dass wir die, na, ist schwierig. Da müsste ich, also das Ding ist, ich würde Götze nicht draußen lassen, deswegen können wir dann schon, was das betrifft, gar nicht mit zwei Stürmern spielen. mit zwei Stürmern spielen. Dann geht das nicht, das ist tatsächlich richtig. Also ich gehe bei deiner Viererkette mit, wahrscheinlich ist das das Einzige, was funktioniert. So, dann ist Lenz wieder auf der Position, der kann Buter auch, das darf man nicht vergessen, so bei allen Vorwürfen, die man denen macht, die sind halt auch nicht Spieler, die diese Schienenspielerposition gelernt haben. Ja. Das ist bewusst so, auch bei der Verpflichtung gewesen, so, das sind Außenverteidiger, so. Dann hast du halt Tutor und Hosell, weil es die Einzigen sind, die noch übrig sind. Ja. Ich würde dann wahrscheinlich, ja, das ist die Frage. Ja gut, Rode, Soul braucht wahrscheinlich Rode für die Erfahrung. Du brauchst Rode für die Erfahrung. Rode hat mir ehrlich gesagt nicht gefallen, muss ich sagen. Rode gefällt mir in der letzten Woche auch nicht. Das scheint auch nicht komplett 8000 Prozent zu sein. Er ist auch überspielt ein bisschen, ja. Also Soul ist auf jeden Fall der Boss und dann würde ich fast Ebimbo daneben stellen. Ist auch so. Also Soul, Ebimbo. Freil mit? Dann hast du auf den Außen, ja, was spielen wir? Ja, dann hast du dann Götze auf der 10, ganz klar. Knauf würde ich dann auf Rechts. Auf rechts und wahrscheinlich dann Alidu links. Dann musst du auf, genau, dann musst du Alidu auf links setzen. Oder Aronson. Oder du machst Götze und machst Aronson auf rechts. Knauf auf links und Mohani vorne. Ich rechne damit, dass entweder Alidu oder Aronson eigentlich von Anfang an spielen, weil Glasner, wenn er auf die Viererkette geht, dass er es auch fast machen muss, weil er sonst auch keiner da ist. Ja. Wenn wir zu sonst stellen. Du hast eigentlich keine Varianten mehr. Also die Nummer ist halt, die ist halt durch. Du musst halt irgendwas in der Richtung. Aber am Ende wird er das jetzt auch wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen im Training sehen. Ja klar, du musst jetzt noch ein bisschen noch gucken, zum einen musst du vielleicht auch mal im Trainingsspiel diese Aufstellung irgendwie haben, um zu gucken, ob das irgendwie so halbwegs funktioniert, dass du zumindest so ein bisschen mal Abläufe drin hast und du musst halt auch gucken, wer ist wie fit und wer bietet sich irgendwie an. Aber für mich sind halt einfach, also du hast halt wenig Varianten und ganz ehrlich, einen Kamada würde ich jetzt einfach auch rauslassen. Der, ja, er hatte seine guten Momente gegen Dortmund, aber du brauchst jetzt halt einfach irgendwie Spieler da auf dem Platz, die halt richtig gerade Gas geben wollen. Das ist auch der Punkt, Gas geben, dir fehlt natürlich auch mit Kamada ein bisschen das Tempo, gerade auf der Position, wenn du sagst, über die Außen, finde ich gut, wenn ihr sagt, mal mit einem Knauf, der vielleicht dann wirklich mal auch sein Tempo wieder ausspielen kann auf der Seite und auf der anderen glaube ich auch, dass ein Alidu vielleicht mal ein Kamada vorzuziehen ist. Kamada ist sicherlich technisch wirklich, wirklich gut. Ja, das Problem ist, ich will ihn halt eigentlich nicht einwechseln. Dementsprechend hätte ich tatsächlich von Anfang an mit Kamada und hätte ihn dann, wenn es nicht läuft, zur Halbzeit ausgewechselt. Aber ihr habt schon recht. Normalerweise, das wäre vielleicht nochmal eine Ausstellung, gefällt mir eigentlich gut, was ihr hier schon mal so aufgestellt habt. Du musst halt jetzt einfach gucken, was an Material da ist und wir brauchen uns auch nichts vorzumachen. Augsburg wird den Ball nicht haben wollen. Ja, die können mit dem Ball nichts anfangen, die können auch gefühlt momentan ohne Ball mit dem Spiel nichts anfangen. Das wird halt einfach, dass wir irgendwie anlaufen gegen ein Bollwerk, was da hinten drin steht und müssen versuchen, da irgendwie kreativ in den 16er zu kommen und möglichst zum Torabschluss. Also das wird ein ganz, ganz ekliges Spiel. Es ist einfach so. Kann man auch nichts beschädigen, was wir machen. Was ist denn euer Tipp gegen Augsburg? Basti? 2-0. 2-0. Dennis? Ja, du musst gewinnen. Ich tippe aber leider, dass wir ein Gegentor bekommen mit einem 3-1. was auch vollkommen okay wäre, zwar ärgerlich, aber ja, ähm, ich hab trotzdem Vertrauen da drin, wenn wir wirklich das System jetzt umstellen, dass wir da ein bisschen mehr Stabilität reinbekommen. Ähm, ich würde bei Basti 2-0 tatsächlich mitgehen. Ich glaube, das ist so das, wo ich irgendwie tendenziell das sehe. Augsburg kassiert im Schnitt irgendwie zwei Tore, die schießen zwar auch irgendwie ein Tor pro Spiel, aber ja, in dem Fall aber ausnahmsweise nicht. Eine wichtige Personalie, die wir nochmal besprechen müssen, ist, ist Trapp auch fit, dass er spielen kann, weil die Situation war ja Schockmoment pur im Dortmund-Spiel, als er da, ich glaube, Lenz hat ihn da ein bisschen abgeräumt und das Knie war ja mit Tackernähen. gefallen. Ist da drüber gerutscht und dann musste er doch irgendwie genäht werden, aber er ist fit, also ihr habt auch nichts Gegenteiliges gehört. Ich habe nichts Gegenteiliges gehört und ich glaube, Trapp ist auch einer, der beißt sich dadurch. Ja, es ist, Trapp ist für mich auch immer eine ganz wichtige Komponente hinten, aber es ist halt, da ist einfach, da kriege ich Magenschmerzen, also wenn der jetzt noch ausfallen würde, da wäre auf jeden Fall. Dann wird es echt langsam ein bisschen eng. Aber da bin ich schon mal ruhig, dass ihr auch nichts gehört habt. Habe ich nicht. Sondern jetzt gehen wir mal davon aus, die Eintracht gewinnt am Samstag gegen Augsburg und dann geht es am Mittwoch nach Stuttgart DFB-Pokal-Halbfinale. Wir wissen zu dem Zeitpunkt schon, wie die potenzielle Finalkonstellation aussehen wird, weil das andere Spiel ist ja am Dienstag und Basti hat es schon richtig gesagt, Stuttgart ist ja auch gerade eben noch komplett in diesem Abstiegs-Game mit drin, stehen ja momentan auf dem Relegationsplatz. Ein Punkt vor Schalke, zwei Punkte hinter Bochum müssen am Samstag ran gegen Gladbach. Also ich glaube, die sind auch, ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil Pokal ist natürlich was Besonderes, aber ich glaube, in dieser Konstellation, wenn du in der Liga echt zittern musst, dann hat das erstmal irgendwie die Priorität. Ich weiß nicht, ob die da so komplett fokussiert auf diesen Pokal sind und das ist doch eine große Chance für uns, oder Basti? Ja. Ja. Ich weiß, geschlossen zu fragen, das ist eine blöde Idee. Ich kann zu dem Stuttgart-Spiel auch gar nicht mehr viel sagen. Wir wissen alle, um was es da geht und wir müssen auch jetzt gar nichts reingeistern, weil Pokal ist eh immer alles durcheinander. Und ja, am Ende weiß jeder, worum es da geht. Ich hoffe, dass da genug Eintracht-Fans irgendwie an Tickets kommen, dass da gute Auswärtsstimmung ist, dass die Mannschaft weiß, okay, da ist noch ein Pokalfinal, lässt sich auch Bock drauf haben, unabhängig von ihrer persönlichen Zukunft, weil das kannst du dir tatsächlich auch in deine persönliche Vita dann schreiben. Dass der eine oder andere, der vielleicht mit den Gedanken schon woanders ist, nochmal denkt, ey, Pokalsieg wäre schon nice. Und ja, das Ding ist, im Endeffekt ist das Spiel für mich am Dienstag fast genauso wichtig, weil wenn Leipzig da gewinnt, weiß ich gar nicht, ob ich Bock aufs Pokalfinale habe. Ja, das ist der Punkt, an dem hänge ich halt auch gerade. Also klar wäre es halt super geil, dieses Spiel zu gewinnen und in das Finale zu kommen, weil das natürlich dann schon auch noch so ein bisschen zeigt, ey, wir können noch ein bisschen was, aber ich sehe halt so zwei Dinge, die es für mich ein bisschen kritisch machen. Das eine, und da bin ich vielleicht jetzt ein bisschen sehr pessimistisch, ist, dass wenn du am Ende des Tages das Ding vielleicht gewinnst, dass wieder so dieses Pflaster ist und diese Aufarbeitung der Saison nicht so ganz richtig stattfindet, weil am Ende hat man ja wieder einen Titel geholt, aber das stellen wir jetzt mal beiseite. Das andere, was es für mich halt komplett madig macht, ist, mir vorzustellen, am Ende des Tages, es gibt das Finale Leipzig gegen Frankfurt und wir sind dann am Ende vielleicht sogar noch, wenn es ganz schlimm läuft, die dafür sorgen, dass Leipzig das zweite Mal irgendwie einen Pokal gewinnt. Auf diese Konstellation hätte ich so gar keinen Bock. Also ich weiß nicht, da würde ich lieber irgendwie nochmal irgendwie Wurzelbehandlung und 30 Zähne parallel ziehen, da hätte ich irgendwie mehr Interesse dran als auf diese Konstellation. Ja, selbst wenn du gewinnst, finde ich, dass das alles ein bisschen entehrt. Ja, das auch. 50 Prozent von dem, was wir gegen Bayern irgendwie gefühlt haben, weil du vor dem Spiel diese ganzen Journeys da schon sehen musst, du musst in der Vorberichterstattung in den Wochen davor das ertragen, du musst es an dem Tag ertragen, danach ertragen, also es ist einfach ein Verein, der dann hingehört und es ist auch nicht mal, ja klar, offiziell ist es vielleicht ein Verein, aber es ist einfach, es gehört sich nicht, es gehört sich nicht, dass da drei Mannschaften sind wie Freiburg, Stuttgart und Frankfurt und dann Leipzig dabei ist, es gehört sich einfach nicht, dass sie da sind. Ich finde, das spürst du, das war auch wirklich eine der größten Sorgen, die ich beim Europa League Halbfinale damals hatte, weil am Ende entwerten und entehren die einfach diesen Pokal, das haben sie letztes Jahr schon getan, indem sie Red Bull reingeschüttet haben und alleine für die Möglichkeit, dass ich in Berlin im Pokalfinale bin und mir das anschaue, das alles vorher und nachher vorher schon ertragen, aber die Eintracht verliert dieses Spiel und muss es dann danach, ich weiß nicht, ob es das wert ist, dann scheide ich wahrscheinlich lieber im Halbfinale aus. Ja. Es ist, Leipzig ist, muss man, also für mich, ich weiß, andere sehen das anders. Ja, drehst du lieber positiv, drehst du lieber positiv, guck mal, du hast die Chance, wenn du gegen Stuttgart gewinnst, ziehst ins Finale ein, hast du die Chance, gerade Leipzig daran zu hindern, im Endeffekt schon wieder diesen Pokal zu gewinnen, du selbst hast den netten Nebeneffekt, René, ich sehe es ein bisschen anders, also diese, da halte ich mich mit der Kritik dann zurück, wenn die den Pott holen dieses Jahr, der DFB-Pokal, dann mag ich auch drüber hinweg schauen, wenn wir hier in den letzten Spielen jetzt nicht mehr so erfolgreich abschließen und dann die Nachanalyse mit Verpflichtungen und so weiter, das müssen wir dann am Ende gucken, aber es würde mich schon sehr, sehr sanft stimmen. Ich sehe es eher, wir müssen eher gucken, ich habe richtig Bock, denen das madig zu machen, Leipzig eben gerade nicht den Erfolg zu gönnen, da die nächsten, das nächste Jahr, haben sie ja letztes Jahr erst gewonnen, jetzt schon wieder, also dann dieses sozusagen in Folge zweimal den Pott zu holen, das gefällt mir gar nicht, da will ich lieber mit Eintracht Frankfurt sagen, Mensch, da will ich was dagegen machen und wenn du es dann schaffst, dann bist du doch der gefeierte Held und nicht der Idiot, der es nicht geschafft hat. Dann lass es uns positiv drehen, wir gewinnen einfach nächste Woche gegen Stuttgart im Pokal, damit helfen wir Stuttgart, weil dann können die sich komplett auf die Liga konzentrieren und müssen sich nicht noch Gedanken machen um irgendein Pokalfinale, da haben wir Stuttgart schon mal geholfen und falls Freiburg ist am Dienstag verkackt, dann sorgen wir einfach dafür, dass Leipzig das Finale nicht gewinnt, dann haben wir da zumindest unseren Beitrag geleistet und können als Belohnung noch irgendwie international spielen. Das ist eine Story, mit der ich mich so halbwegs anfreunden kann und mit Basti verbinden wir dann einfach die Augen, damit er die ganzen Menschen in den Bullenhüten dann da in Berlin nicht sehen muss und dann ist doch auch fein, oder? Dann würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr, auch wenn es früh ist, aber trotzdem kommen wir jetzt hier mal ein Stück weit zum Ende. Wir haben, glaube ich, damit alles rund um die Eintracht besprochen. Wie ihr ja schon festgestellt habt, nächste Woche ist Pokalwoche, Dienstag ist Spiel und Basti, ihr habt, glaube ich, Dienstag auch verurteilt live. Mittwoch spielt die Eintracht, von daher stellt euch mal darauf ein, dass der Eintracht-Podcast nächste Woche nach dem Pokalspiel aufgenommen wird und wir uns dann bitte, bitte, bitte über einen Sieg gegen Augsburg unterhalten können und dann weiterkommen im Pokal und dann können wir uns darüber Gedanken machen, wie eine Finalkonstellation aussehen könnte. An dieser Stelle wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche und genießt das Fußballwochenende und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Oh, 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 oh. Bis zum nächsten Mal.